Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, wie einfach es ist, sich einen Körperschallwandler selber zu bauen. Man braucht eigentlich nur einen alten Lautsprecher. Dieser hier ist jetzt von Magnat und hat angeblich 400 Watt. Angeblich, also 400 Watt steht da drauf, aber ich glaube niemals, dass da auch 400 Watt drinstecken. Das war so ein Drei-Wege-Ding. Selbst wenn man alle drei Lautsprecher zusammengezählt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf 400 Watt gekommen ist. Naja, wie dem auch sei. Zwei Stück waren vorhin, einer ist kaputt. Der ist nur übrig geblieben. Der ist jetzt umgebaut und darf sich jetzt Körperschallwandler nennen. Was habe ich da gemacht? Ich habe als erstes diese Membrane hier ausgetrennt, weggeschnitten. Ich habe dann hier unten, das hier, das ist Epoxid oder Polyesterharz, was man da nimmt, ist völlig egal. Da drunter ist eine dicke, fette Unterlegscheibe mit so einer Mutter fixiert, beziehungsweise mit zwei Muttern fixiert und zentriert quasi mit diesem Plexiglas eingeklebt. Und das war es auch eigentlich schon. Wenn man jetzt Musik spielen möchte mit diesem Körperschallwandler, hört man natürlich auch ein bisschen Musik, denn ich habe hier ja noch ein bisschen Resonanzfläche, die schwingt. Und das Ding soll ja auch schwingen, beziehungsweise es soll ja alle schwingen. Das soll jetzt aber nicht als Stirn empfunden werden, weil wenn ich Musik höre oder beziehungsweise die Geräusche, die höre ich über die Lautsprecher auch. Und der hier soll einfach nur noch das Gefühl vermitteln, es schüttelt. Und ich muss sagen, das ist sogar ziemlich cool, wie doll dieses Teil schüttelt. Das werde ich euch jetzt mal eben zeigen. So, ich habe mal einen schönen GEMA-freien Song rausgeladen und jetzt werde ich mal ein bisschen lauter machen. Also, wenn der jetzt hängen würde, schwingt natürlich der komplette Lautsprecher, inklusive diese schweren Magneten, ist da drunter. Und das schüttelt schon ganz ordentlich. Jetzt ist natürlich gerade die Musik ausgegangen. So. Also, das Ding schüttelt ganz schön. Was jetzt natürlich passieren könnte, ist, wenn ich es übertreibe, dass hier das ganze Ding vom Magneten einmal nach unten gezogen wird und dann unten hängen bleibt. Das wäre dann quasi so. Wäre aber kein Problem. Kann man einfach hochziehen. Und es schüttelt den ganzen Arm durch. Das ist so geil. Ich zeige euch mal, wo man das befestigt hat. So, da wird es gerade ein bisschen dunkel. Ta-ta-ta-ta. Ich habe leider nicht mehr Licht hier. Ich habe hier jetzt den Körperschallwandler an den alten Bürostuhl geschraubt. Richtig schön feste Verbindung. Und wenn man jetzt Musik hört oder beispielsweise Spiele spielt, dann wird man ordentlich durchgeschüttelt. Den Bürostuhl kann ich dafür öpfern. Reichsverschluss wieder zu. So. Das Einzige, was natürlich ein bisschen nervig ist, ist das Kabel, was hier nachher irgendwo langläuft. Aber es funktioniert. Und es funktioniert so geil. Musik hört, macht so viel Spaß mit dem Ding. Das ist echt enorm. Wie gesagt, der hat nur 500 Watt. Oder wenn überhaupt. Also 400 Watt stehen glaube ich drauf. Wenn der mal irgendwie 200 Watt hat. Oder 100. Dann ist das schon viel. Also ihr braucht auf jeden Fall einen anständigen Verstärker. Denn hier muss ordentlich Leistung drauf. Damit er hier diesen, das ganze Gehäuse und den Magneten zieht er jetzt hier an. Und so entsteht überhaupt auch jetzt die Schwingungen. Also die Musik kommt und es wird angezogen. Und deswegen wackelt halt nachher der ganze Stuhl. So ist das ganze Prinzip von einem. Das ist das ganze Prinzip von so einem Körperschallwandler. Und ja. Wenn ihr Bock habt, baut es nach. Probiert es aus. Ist es geil. Ich sage euch, ich habe total Bock damit irgendwie Dubstep zu hören oder so. Ich höre zwar nicht ganz so viel Dubstep oder irgendwie Techno oder sowas. Das ist cool, wenn man so mitbestimmt wird. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.